Herzlich willkommen im Elisabethstift. Mein Name ist Birte Timnick und hier auf dem Kanal möchten wir euch unsere Arbeit zeigen und nicht nur was wir machen, sondern vor allem wie wir es machen, nämlich mit der existenziellen Pädagogik. Also so lasse ich nicht mit mir reden. Du gehst jetzt in dein Zimmer und beruhigst dich. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Wie sehr achte ich auf die Bedürfnisse meines Gegenübers, auch wenn es nicht meine Bedürfnisse sind? Das ist uns wichtig, Zeit zu verbringen in einer Art und Weise, die zu Begegnungen führt, die zu einer Beziehung letztlich führt, die über Krisen hinweg trägt. In der Kinder- und Jugendhilfe kommt es natürlich immer wieder auch zu Situationen, die ganz schön schwierig sind, wo uns die Kinder ziemlich aggressiv begegnen. Also mir fallen spontan Stühle ein, die durch Fenster geschmissen werden. Uns ist total wichtig, das Kind dann nicht auf dieses Verhalten zu reduzieren, sondern Kind und Verhalten zu trennen. Und wir möchten ganz genau hingucken, was ist eigentlich gerade passiert und warum ist das passiert? Wir glauben, dass die Aggression, die uns begegnet, einen Rückschluss darauf zulässt, welche Grundmotivation vom Kind gerade verletzt wurde. In unserer Pädagogik gibt es vier Grundmotivationen, die wir in den folgenden Videos jeweils einzeln vorstellen und die dazugehörige Aggression, die auftritt, wenn diese Grundmotivation verletzt wird. Viel Spaß beim Kennenlernen! Mein Name ist Helmut Wegner. Ich arbeite im Elisabethstift in Berlin und Brandenburg. Ich arbeite dort als Geschäftsführer und pädagogischer Leiter. Alfred Lengle hat vier Grundmotivationen und dazugehörige Aggressionstypen formuliert. Und wir hatten in einem anderen Beitrag die erste Grundmotivation schon genannt. Da geht es um Weltbezug, da geht es um da sein können, einen Platz zu haben. Vom Thema her ging es dabei um Raumschutz und Halt. Jetzt gerne möchte ich in einer zweiten Grundmotivation im Grunde über den Lebensbezug reden. Es geht in dieser zweiten Grundmotivation darum, sein eigenes Leben zu mögen. Wenn man da noch nicht ist, überhaupt Leben zu mögen. Und wenn wir dann weitergehen und kommen auch dahin, dass wir unser eigenes Leben mögen oder lieben, dann bedeutet es auch, dass wir unsere Biografie, unsere Sozialisation, unser bisheriges Leben lieben und annehmen. Ein Ja dazu finden. Viktor Frankl, von dem diese Pädagogik abgeleitet ist, von seinen Lehren ist diese Pädagogik abgeleitet, hat einmal gesagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und wenn wir uns in dieser zweiten Grundmotivation dem nähern, wo es darum geht, sich und sein Leben zu mögen und zu fühlen, dann geht es in dieser zweiten Grundmotivation vom Thema her um Beziehung, Zeit und Nähe. So, und wenn wir uns das vorstellen, dass es in dieser zweiten Grundmotivation darum geht, dass wir Zeit füreinander haben, dass wir uns in der Person und unser Gegenüber in der Person ernst nehmen. Nun kann ich das immer mit vielen Worten formulieren und kann sagen, ja, du bist mir wichtig und ich bin immer für dich da und was wir so den lieben langen Tag sagen. Und das erweist sich dann aber die Ernsthaftigkeit oder der Grad der Umsetzung erweist sich aus meiner Sicht im Alltag. Ich bin Vater von zwei Töchtern und ich erinnere mich noch gerne daran, als meine Töchter noch jünger waren. Und eine meiner beiden Töchter hat Feuerkäfer, Feuerwanzen eigentlich. Total geliebt. Und ich habe sie manchmal mitgenommen in Vorlesungen an der Hochschule und dann wollte ich eine S-Bahn bekommen, damit ich pünktlich in der Hochschule bin. Und dann sind wir also zusammen mit meiner Tochter den Weg zur S-Bahn gegangen. Und ich glaube, es gibt Hunderttausende von Feuerwanzen auf diesem Weg. Jede ist anders. Jede ist besonders. Jede will gesehen werden. Vielleicht sogar gestreichelt werden. Ja, also heute würde ich früher losgehen, um mehr Zeit mit meiner Tochter bei Feuerwanzen zu verbringen. Dieses kleine, vielleicht auch humorvolle Beispiel macht aber deutlich, wie sehr achte ich auf die Bedürfnisse meines Gegenübers, auch wenn es nicht meine Bedürfnisse sind. In der zweiten Grundmotivation geht es um Beziehung, Zeit und Nähe. Nicht immer nur um quantitative Zeit, um die Zeitfülle. Es geht auch um qualitative Zeit, damit es wirklich zu Begegnungen kommen kann. Und auch das kennen wir aus anderen Beispielen, dass wir einen Freund oder eine Freundin nach Jahren einmal wieder sehen, wir haben vielleicht nur eine halbe Stunde Zeit, die wir gemeinsam verbringen. Und trotzdem kann diese halbe Stunde Zeit, die wir gemeinsam haben, zu einer tiefen Begegnung führen. Und wir können auf der anderen Seite manchmal Stunden mit einem Menschen verbringen, ohne dass wir uns begegnet sind. Ohne, dass wir uns näher gekommen sind. Ohne, dass zwei Personen Anteil aneinander genommen haben. Ja, also das ist uns wichtig, Zeit zu verbringen in einer Art und Weise, die zu Begegnungen führt, die zu einer Beziehung letztlich führt, die über Krisen hinweg trägt. Die etwas hält und etwas aushält, sodass wir einander zuwenden können. Und ich sprach in der ersten Grundmotivation auch schon davon, dass ein Mensch Aggressionen entwickelt, wenn er etwas verlieren könnte. Also, welche Aggressionen könnte ein Mensch entwickeln, wenn Beziehung ihm verloren zu gehen droht? Wenn Beziehung unsicherer wird? Wenn Beziehung irgendwie gestört wird? Das ist, glaube ich, eine Aggression, die wir sehr leicht einfühlen können. Es geht bei Beziehung immer um eine heiße Wut. So, wenn wir uns streiten miteinander, ja, dann ist viel Emotion im Spiel. Im Gegensatz zu der ersten Grundmotivation, da ging es um einen kalten Zorn. In einer zweiten Grundmotivation entwickeln wir eine heiße Wut. Da fliegen die Emotionen hin und her. Da brennt die Luft, wie wir sagen. Vielleicht fliegen Türen, vielleicht fliegen Schimpfworte. Hoffentlich bleibt es bei der verbalen Attacke natürlich, ja. Und wenn ein Kind sozusagen mal angenommen uns so viele Schimpfworte entgegenschleudert und uns die ganze Wut entgegenbringt und wir würden dabei dann vielleicht herkömmlich reagieren und sagen, also so lasse ich nicht mit mir reden. Du gehst jetzt in dein Zimmer und beruhigst dich. Dann würde doch bei dem Kind ankommen, es hat Angst um die Beziehung, mit dem es sich gerade streitet übrigens, ja. Und dann schicken wir das Kind weg als Erwachsene. Dann müsste doch bei dem Kind im Grunde ankommen, dass es noch mehr Angst um die Beziehung hat, weil es wird ja weggeschickt. Im Gegenteil haben wir in der existenziellen Pädagogik in unserer Einrichtung sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn Kinder Angst um die Beziehung haben, Sorge um die Beziehung haben, uns Schimpfwörter und alles Mögliche entgegenschleudern, wenn wir das Kind in den Arm nehmen und es erst mal drücken. Es ist mehrfach oft schon passiert, dass die gesamte Aggression in sich zusammenfiel, weil das Kind merkte, die Beziehung ist nicht gefährdet. Die Beziehung steht nicht auf dem Spiel. Das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir die Aggression verstehen lernen, in der unser Gegenüber ist oder wir auch selbst vielleicht sind natürlich, damit wir einen Umgang damit finden, der hilft, Beziehung weiter zu bauen und auszubauen. Und ich möchte auf noch einen weiteren Aspekt eingehen, der schon praktisch einen ersten Anklang auf die dritte Grundmotivation nimmt. Wenn also ein Kind wütend auf mich ist und richtig in einer heißen Wut ist und mir ein Schimpfwort sagt, ich mag jetzt keins nennen, die Kinder sind da sehr kreativ, ein Schimpfwort sagt und ich würde sagen, so redest du nicht mit mir, ich möchte, dass du höflich mit mir redest. Dann verlasse ich ja die Beziehungsebene, diese heiße Wut findet auf einer Beziehungsebene statt und gehe auf eine Werthebene und sage, mir ist es wertvoll, dass du mich anders benennst als mit einem Schimpfwort. Und das würde nichts anderes bedeuten. Das Kind bewegt sich auf der zweiten Grundmotivation auf Beziehungsebene und ich bewege mich auf einer Werteebene und sage, so redest du nicht mit mir. Und wir können das probieren. Es funktioniert nicht, es wird eskalieren, weil das Kind sich nicht verstanden fühlt. Also müsste ich erst einmal auf der Beziehungsebene bleiben, dem Kind auf der Beziehungsebene begegnen, weil ich ja die Aggression verstanden habe und später, wenn die heiße Wut sozusagen abgeklungen ist, wenn wir wieder sicher in Beziehung sind, dann kann ich mit dem Kind auch über das Schimpfwort reden. Aber nicht in der heißen Wut. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Soweit ein kleiner, kurzer Überblick über die zweite Grundmotivation. Also geht es in der ersten Grundmotivation Raumschutz und Halt. Die Frage dazu ist, fühle ich mich hier sicher? Kann ich mich sicher fühlen? In der zweiten Grundmotivation geht es darum, um Beziehung, Zeit und Nähe. Und die Frage, die dahinter steht, ist, fühle ich mich geliebt? Wenn das nicht ist, entwickeln wir Aggressionen. Ich finde Aggressionen übrigens, ein kleiner Nachsatz, ganz toll. Weil ich glaube, wenn ein Mensch aggressiv ist, will er leben. Er weiß nur noch nicht immer, wie. Wer wissenschaftlich mehr erfahren möchte, findet unten in der Infobox natürlich jede Menge Literatur, auf die wir uns berufen. Beispielsweise findet ihr dort die Werke von Viktor Frankl, Alfred Lengler, Eva-Maria Weibel und Robert Keegan, auf deren Gedanken wir unsere Arbeit und die existenzielle Pädagogik stellen. Ihr wollt mehr über das Elisabeth-Stift erfahren? Dann schaut direkt unser nächstes Video über den Träger an oder erfahrt mehr über die existenzielle Pädagogik. Natürlich findet ihr auf unserer Website viele weitere Informationen über uns und die Pädagogik. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren und Glöckchen drücken.